das ist nicht bist, aber das ist halt irgendwie verdächtig los. Machen sind nicht im Fall! Ich kann auch gern in meiner alten Base! Du darfst bleiben, du darfst bleiben. Oh, kann ich mal einen einladen? Guck, streiten wir- Ich weißen Wilder Mensch in unserer Basis. Hopp-Jil! Hopp-Jil! Strai-Geschel die Tür wieder um! Ach, schei! Ei, Ahooo! Heik. Stitas lag immer wieder ein. für diesen verdacht kriegst du gleich mal das rein also jetzt hört man auf kann mir einer die tür von auf machen was ist das dann befreie ich mich alle er macht an und wieder aus an und wieder ausverlust irgendwie wegen drei schüssen eckert bei dir ist kein schuss verschwendet wenn man dich abschießt ich befreie mich jetzt übrigens aus der base da mache ich komme doch dass ich mich mal ein lager fachau was kriegst du für ein kleiner ehrenloser warum wurde schon auslastig ausgelockt ausloggt ganz kurz leise die ganze sein muss fragen ein engländer da war es das war das kontrolliert ja bei kassel kontrolliert wo gehst du hin was machst du da noch ich sag's euch guckt jetzt jeder guckt jetzt hier durch und irgendein ich warte dir derjenige der fahrt hat irgendwo ein türe eingesteckt ich hätte eine idee wie wir sowas zunächst regeln können so was wichtiges ist mir geklaut haben wir immer noch ein bett soll ich schnell zu meiner base nachgucken das ist ja schön aber das ist auch jetzt verdächtig war die aussage hat sich verdächtig auch bei mir auch wenn ich jetzt eigentlich vertraut hat er macht doch wenn ihr meint ich dachte jetzt nur dass ich noch gucken ja das ist ja voll dumm wenn du als wenn du da in die west und hört dass du in einer alten base nachguckt also das ist ja wirklich verdächtig ja oder pharao ist ja nichts böses gemeint aber das hat sich jetzt wirklich verdächtig gemacht was soll ich holen weil ich auch meine ist hier meine meine wir waren ja jetzt schon komisch es ist nicht schon rechtzeitig zu meiner base grabben da ist da ich nicht mehr aber es ist halt trotzdem komisch wenn einer sagt soll ich dich zu meiner base bleibt nur das aber ich nachgucken zu meiner alten base das ist ja nichts böses gemeint aber das macht einfach richtig verdächtig ich habe jetzt 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 leute mal ganz ehrlich wann hätte ich denn zeit gehabt dass sie meine alte base zu bringen auch ja ist ja nicht du hast da nichts zu befrechnen wenn du nichts hast ist eigentlich schon nicht und gucke ich auch überall wo der linie gerade immer eine kiste versteckt das kann ja auch sein das ding ist ich möchte jetzt sagen nur das problem ist daran ich bin kein atmen oder kein ordner deswegen warte dann stümmer mich auch und mich und stümmer alle außer mich und drei warum darf ich jetzt noch mal zu hören ja warum solltest du zuhören ja warum solltest du zuhören das mag auf einmal weg ich mag es nicht nötig der hat dass du was bringt in den teckrüstung ohne ist links da aber ich warst dir derjenige der es hat der bauten nie bei der baut bei mini wieder ankommen der ist vorbei mit der freundschaft ja was labert finden jetzt von wegen was da war ich ich habe eine idee wie man sowas in der freundschaft geklaut wird das haben wir vor uns brauchen so kann system wie denn okay dann sagt sagt ich sag da nicht allen mann wir sind doch gleich alle ja ich bin dann stumm ja ich bin dann stumm ja ich bin dann stumm alle außer mich und ding da aber du warst verdächtig hast du dich deine eigene aussage alter hier ist egal wer es war also mit jupf ist er nicht auch wenn sie die auftaucht fällt weg das spiel sei mir spaß bringen und nicht durchgegen geklaut werden wenn sie ein wichser der das ich gerade erwischt alle kommen sie denn nach hause und schlagt in die fresse ich habe auch gesagt derjenige der zwar der den löscht blockiert und gewahrt das und so kein mini tut leid wer rechse brüten will kann sich drei eier aus dem gut aus dem top gehe geholt hat dann ich nehme einfach ein von den an die du da hat er gelegt hat mit 10 eier däger wenn wir einfach dahin eins aus also ich will nicht dreieck drücken das ist toll schwul wir kommen halt nicht über unser mini wir haben 714 mutterlinie mutter strike hast du schon nachgeguckt in meine alt die h überwört ich wollte ich ja feiner meine ich gerne wo es eigentlich jetzt der kommt mit wo ich bin ein mensch das schluss aber wie jetzt alle irgendwie so ein bisschen davon ablenken es ist allgemein so gerade richtig komisch lenken da gerade richtig voll ab hat mich mit der allgemein ist lenken alle grad vom thema du züchtest das ist ja gut aus dem weisen dass du der einzige bist mit freundlich zu klauen ich schweig mal bitte robben treib ich muss hier die dings machen dafür könnten wir noch einmal den worten ich habe meine laber wurde machen man hört auf so welche sachen zu verschwenden na war wohl immer dann neben drei leute es hatte fakt mit einer haben wir drei schlag ich doch mal kommt schlag mich wer schlag nicht du kannst mich schlagen hat mich doch jetzt nicht ab weil ich gehe dass der party aus dem ich gerade alle nervt alle ist wie ein kindergartner da ich jetzt auch vor ne der ist hat seine zirka abgesteckt das machst du hier ja ja es gibt es auch mal her ich habe die länge er zwillinge scheiße hat zweifelig gestimmt jetzt ernsthaft ich höre ihn auch nicht die ane nr er kommt noch mal zu sehen ich habe ich habe sogar getroffen nrg-lern gleich geht es gar nicht mit ihr fahrer auch kannst mir nicht sagen tut er auch nicht tritt ist nicht mal am start ich weiß habe ich gesehen gibt sich noch eine schlimmere strafe als wenn jemand das tagzeug klaut einsperren oder so klar einsperren charakter weg aller der wird bis zu sein lebens eine gejagte weiter ich nehme eine ic4 ic und dann halt wann die geklückt sind ich meine ganz ehrlich ich glaube irgendwie dass da gar kein element drin war ich habe es auch nicht wenn ihr denkt dass ich war gut jeder kann sagen dass er es nicht war das ist halt jetzt was Leute was mit Pharao los ich war ja nicht mehr das hat mich Eckart wieder gestimmt weil er jetzt wieder was über mich sagt nein nein ich bin ich bin ich bin ich weiß warum hast du mich jetzt gestimmt und Eckart hat ich gar nicht bestimmt so frisch gebohrt irgendeiner der sich dazu bereit erklärt links zu fahren äh Fettfutter Krügel Leute ich kann Farol nicht entstunden was mit Pharao los ist Farol und Eckart ich kann ihn nicht mehr entstunden jetzt hat er mich schon wieder gestimmt es hat nicht keiner gestimmt meine Fresse noch mal Himmelsach und Zwirn ihr redet Eckart bei euch auch nicht ich weiß nicht was mit Martin nee der redet allgemein nicht der redet allgemein nicht ich redet natürlich grad jetzt redet wer ja ja mein Hetzel springt grad es stimmt sich einfach jetzt ist es nicht schon wieder Walking Dead und Grapp alter es reicht jetzt wo 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 hin und fängt aber meistens an alter und was ich hab nichts gemacht ne aber ich hab nicht so da kriegst du auch und sagt und dann darfst du ja die Fakten wieder anzugreifen ja aber nein es legt gerade oder man kann einfach mal ein Bogen um ihre Base machen weil lieber meine weiter irgendwas wird gerade zu Tode er truppe Tracking der Träger gerade auf schön er truppe Tracking der Träger einfach nicht bei denen über die Base flieg weg holt dann scheiß ab und wenn wir in drei tagen keine protection mehr haben gehen wir direkt zu denen und wipen die weg dann haben wir wieder ein bisschen mehr Stuffy die die Fakten ah ja ja Warte Robben was willst du zocken wo ist dein was das erkennt du es nicht es bleiben ja aller art die Munition fahren ja ich habe schon 990 Oh mein schneckchen soll auch hin zu fiegen was ist unser alter pronto im wasser ja ich weiß sogar welcher das ist scheiße ich habe gedacht nicht so wie du ich habe ja mitgenommen ich habe zwei gigas mitgenommen bin damit einmal bis zum blauen nobelisten gelaufen ich brauche mein schnäckchen wieder ja das hat ja dann wohl futterkrüge einer nachfutterkrüge wenn sich nicht offen lässt und dazu ist noch da ja wir haben nur ein 9 und 2 die luci der sonne also nein ja dann halt in die nutzten 11 seit dank der hat es erstens auch feier jetzt die tue soweit einfach nicht runtergekommen ist wer ist das nicht mein wort gesagt dass wir diesen scheiß zu sagt hast du nicht warum hast du es nicht einfach warum gehst du nicht immer zwei meter laufen die greifen mich an gerade soll ich runterkommen die klatschen nein du lässt sie in ruhe doch die greifen mich an der kümmert die auf mich gepfiffen ich tue so meine feuerwehr die mit der bläden ja jetzt greifen sie mich auch noch an und mein steckchen da habe ich war oben der Assistenz glaube ich ich weiß es nicht ich habe keinen Ding ich gehe jetzt einfach mit meinem Schneckchen hin und tschüss zu den Scheiben und geht in den Baisen und kämpft dich mit denen die hätten sie eine 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 die hat hier die Server geben wenn die jetzt sind es hat mich angeklopft ich hab sie zu gewerbt Dings der Bums der der wo gerade in die Partie gekommen will ist ich habe jetzt 990 Dings Munition wie viel soll ich machen ja wochen laufen können aber ich darf mich also ich darf nicht angreifen lassen okay ja man sagt die leid aber die streiten sich die ganze zeit um die wie heißt die hier ist es ist doch feier hat von uns zu so angenommen ja wenn du nicht runter geht man kann auch mal was machen ein bisschen laufen ich habe ich will ich nicht direkt im nächsten video dann gucke ich wieder im videoclip wo ich gesagt habe einer von euch muss mich abholen weil ich ja dann weil ich dann schreibe kommen muss das ist aber ja gesagt nee du kannst doch nach oben laufen ich werde ich glaube ich habe ich angegriffen und die locken mich in ihre dummen plant X und greifen mich mit dem Drecksgriffen weil du auch hinterher fliegst du dummes kind tue ich doch nicht ne nur nicht die locken mich da rein ja wie locken sie sich denn da rein denn tier fliegt automatisch da rein oder was ja komm ich glaube ich sind die geschütze da sind da die geschütze an jetzt haben die unsere verfickte tue so und zwar noch die höchstleveligste sollen wir die killen hat er dich also hat eine freibesession erlauben wir mich grabben mit seiner dreckigen bitch da leute warum hast du gemacht mit dem was ist denn mit dem tag hier ist es den sdn ob in sd mit dem ding die körperchen ablösen ich habe es noch gegessen muss um von was willst du gerade angegriffen von so n scheiße von den Weitern wo uns das schweifen greifen die dich an Eckart nee ey ey street is heaven of fire hat was hat ne Suso von uns angenommen alter mann der ist da der kommt wieder der kommt wieder ich weiß ich komme jetzt her und geht auf der reihe ich mich auch dieser scheiß tue wieder weil dieser scheiß kennt von den anderen okay das robin im wasser wo ist der ganz hinten ich würde mich halt neun tue so aber ich brauche mich an oder ein sattel wahrscheinlich ich habe doch war doch gerade bei strike keine ahnung ich komme gerade ich weiß dass du einfach 19 kannst aber mir geht es ums prinzip ja aber ich habe gesagt dass ihr einer von euch nämlich abholen muss dass ihr jetzt bin ich tot jetzt genau ich komme nicht jetzt aber hinter mir ist wahrscheinlich griffen ich bin jetzt wieder aber ich bin jetzt wieder hier ja jetzt kommen und hol den dämpchen ich bin jetzt ein paar griffen und die suchen vielleicht können wir die klatschen ich verstehe nix wo bist du ja die verfolgen mich wahrscheinlich wenn es die sind ich bin jetzt garantiert nicht weil dann kommen sie wieder angeschissen mit auch kann bitte wenn jetzt jemand die griffe ich bin ja rechtstirbt hier gerade jetzt würde ich jetzt mal passiv wenn ihr mich wieder greben ich blitze die so heftig ne ja ich komme ja also ich komme schnell kommt schnell die griffe das pass mal auf wo der ist oder ist er gerade unten reingestellt auch wenn das recht hat und die doppel zugekriegt echt jetzt kommt ja wo sind die kann enkelfutter krüge holen das greift die doch jetzt einfach nicht an wenn die uns an die haben mich gegräbt man ich habe ich habe jetzt auch geschrieben dass wir das die echt wollen dass wir die pläten die karten sobald sobald ob ich auch gehört den sound alter ich habe nicht gebraucht sobald die vielleicht sobald die kann sobald die krebs noch war ob ich ins wasser gehen nicht ins wasser gehen aber die war noch kurz wenn ich bin noch dabei zu fahren und diese walking dead facken echt nur ab mann haben die snipen oder sowas oder irgendwelche können engländer zusammensuchen ich habe eine überragendes ich habe eine überragende ich brauche irgendwas womit ich die snipen kann ich brauche irgendwas womit ich die snipen kann ich nehme jetzt eine einzige tec granat ich nehme jetzt eine einzige tec granat dass sie jetzt mal überhaupt weil ich kann robin was sagen wollte habt ihr noch schießpulver weil wir hier gerade zu viel gab ein gewichtige tripe angelegenheiten besprechen duf mein fabrikator ich will mir kurz ein bisschen sniper schuss herstellen bisschen nur weil das habe ich gecraftet ich soll doch für die machen ja trotzdem das habe ich aber gecraftet in der base und ich brauche das jetzt ich habe jetzt acht drecks hier stehen Junge jetzt redet doch mal nicht zu gehen äh zwischen den Nagelsherrchen man kann ich nichts verstehen ne Kollege achte ich empfinde uns gerade wichtig wie gesagt über den tribe machen gehst du mit wir sagen die ganze Zeit nichts und wir würden nicht mal was sagen dann wären wir angemault nein ich sag nichts ich meine auch nicht euch beide hä die waren doch die einste die was gesagt haben ja nein ich finde ja gerade nichts gesagt aber auch egal hä das ist da auch dabei also hä strike kommst du mit wen raiden wir raiden wir raiden niemanden ach dieser will ich bin der größte abfucker unter uns wenn ihr wüsstet warum man bei der irgendwo ist noch eine Sniper von uns da kannst strike die äh pin die gebe ich dir ey doch das muss alle jetzt breiten die sind in Fusoren hier wachau tausend die sind in Fusoren junge die sind in Fusoren junge Finn das heißt doch jetzt oder ja was ist denn ja die sind in Fusoren da ja dann gib sie Finn am besten ich habe die ich habe ein paar tec granaten dabei ja dann gehen wir beide weil wir beide was haben sind wir haben beide dann was ich gebe dir die hälfte ich kümmer mich ums sucht mit 10 ja dann kümmer mich mal ums mit alter aber jetzt ich will die stelle trotzdem für die harmonie und ich lege sie dir in den fabrikator ich lege sie dir in fabrikator kann ich gern machen ja kannst du den den ersten nummer ding ist nummer eins nennen nummero eins nummero 90 wir brauchen vorliegen oder irgendwo er perfekt wenn du war mit dem bären habt haben wir ein petri oder so ist das ist wie ich habe jetzt noch mitgebrachte von gen 1 also es ist irgendwie kommen vielleicht nachher noch mal wieder bis dann ja wohin gehst du ja film macht wenigstens auch film macht wenigstens die futter zu geförmten mit dem bären ich weiß wie lange ich da brauche bis die alle voll sind mit bären alter eine ist schon halb voll jo er klaut mir direkt ein brandweiler sagt sich ja ja genau mein immer noch der andere gehört mir alter ich bin mir doch um sucht sind wenn ich mal gar nicht ich fahre mir jetzt noch was nachher ich will das feuer ausmachen weil ich mal nicht so es wird direkt jetzt kriegt ja schon wieder einer mit der griffen habe ich glaube das ist das king jungen dieses dreckst du schocken mich alle von meinen all weg 3 vielleicht schon ein Futterguck in einem halb vor Ort ich gehe jetzt einfach in die Base und macht gar nix mehr weil wir so dumm Rücken spüren und wir gehen noch mehr zurück und da hat er fragt er hat er nicht gehabt, die sich mit Eskissen zusammengefahren haben ja, dann können die uns unser Ding wiedergeben aber wenn Deadkings dann auch kein Off... Hä? Deadkings müsste doch schon längst kein Offline Raidschutz mehr haben, weil die haben ja... Also was mir nicht gefällt ist, dass die nicht mehr laufen Die haben sich aber so aufgebaut, dass man dies nicht raiden kann Hä? Ich und Robin bekommen noch 16 Ich und Robin bekommen noch 16 Ich möchte mit der Griffin auch mal bitte fliegen Leute, ich und Robin bekommen noch 16 weitere Eier von The Shadow, hat der Admin gesagt Heavy von The Shadow Ja, das sind so Noob Racks, die die haben Ey, da haben wir die Pflegung Oh, Doppelpflegung Die haben 16 Racks von uns und das waren alles Weibchen Alles Ey Leute, kann eine kurz rauskommen Hier ist eine Gifte Ich kümmere mich grad drum Von anderen Spielern Hast du Stress genommen? Können sie bitte auch für euch einfach zu bieten, bleibt in der Base und geht nur weg, wenn ihr was wirklich dringend braucht Das ist richtig Ja, ich bleib in der Base Das ist eh wieder walking Werden wir in Noobs führen Ey, die werden angegriffen Ey, die werden angegriffen Ey, das ist meins 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 Ich bin hier auch wer angegriffen Werden wir die uns angreifen Fange ich die gleich ab, Alter Wo ist die Sniper? Das fangen wir ein Setter ein? Nee, jetzt nicht Wenn die Wenn ich einen Sniper habe und Low-Level-Griffin finde und ich ziehe mir den schnell englern Erzähl mir den dann fliegt der gleich hin und der Sniper den 20 Dinos weg Ja, das können wir gleich mal benutzen für die Nein, Spaß Ey, Junge! Aber später irgendwann Alter, ne normales Schreiberfahrer aber die kannst du in A stecken die will ich nicht Um überragender Ja, ne tolle ne überragende Meine macht auch nicht recht zu mehr Schaden Ihr will züchten da grad Züchten grad Ich war grad nicht gestimmt, oder? Digga, du weißt nicht was ich alles für Bronnteeier mitgenommen hab aller zwei Stück hab ich mitgenommen Ja, beides weiß ich die andere Bronte du hast muss mehr nicht sein Ne, ist aufhört, ist verpackt Jetzt geben wir uns noch 400 was heißt ja, männlich äh männlich, Alter wenn wir in Sehnung sind Ich geh jetzt mit halb jetzt ist doch schon wieder diese dumme Giftwirbern es reicht ja jetzt schon langsam Und schon wieder Stress Dann geh doch einfach woanders fahren du gehst immer du gehst immer da zum provozieren hin glaub ich irgendwie Nein, ich bin ich bin neben unserer Base gewesen und dann kommt irgendeine Blitzwirbern äh Giftwirbern vom Tribe irgendwann gegründet Okay wenn alle, wenn jede 5 Minuten jemand ist die Idee ist jemand, der breit sich an Ehhh Dann geht doch zu Fuß oder so irgendwo, wenn die Welt weg das Metall kann ich auch so fahren hier ist überall noch die Metall ich kenn mich hier aus muss die Metall, dann ich fahre mit Metall und so okay gib mir ne Art schöner Fahrzeug der Metall weg die sind noch keine arz hallo jasmin jetzt schreibt das tor sorry schraus siehst du jetzt schreibt das orde ich habe jetzt zu spät zu spät nein schreibt nix du weißt nicht was ich von abfahrkabin zu klicken unter die map und der präsentiert ins alter ich kann unter die wirkung verabschiedet erhalte wir haben ja auch gleich mal die glückte benutzen danke apropos die alle meine gleiche oder bitte machen aber ein mann ab und er hat mich immer noch ein ich wundere ich habe bis jetzt noch nichts schlimmes gesagt außer dass verliebig verfolgen dann drehe ich doch nicht am rat oder doch ich sag dazu nicht der eine wird schon direkt über schule rex direkt weg damit direkt direkt sind schon bei 22 prozent noch rechse brüten wollen zum angreifen auf kingdom ich gehe jetzt gleich zur queen höhle ich gehe jetzt gleich zur queen höhle ne digga wir behuten da zwei brondos aber lass den brondos in meiner welt stehen die flieger zur queen höhle denkst du dir denkst du ein überragendes schwert mit 3000 milli reich für die queen höhle ja du musst aber achten sobald die queen kommen bleib stehen warte bis sie auftaucht und dann messer die durch geht die darf sich einen einzigen schlag hinfegen die musst du durchgehend weg messern ansonsten hast du verkackt mein dolch macht 9000 schaden und die braucht so ungefähr zehn hits ich habe jetzt schon bestimmt drei industrie schmerzen voll na gut ich habe kein mittel ich habe jetzt so baue ich schon an der griffin und dann erzähle mich die für finden kann kann haben wir ohne mehr aber ich bin kurz muss auch nicht feiern aber dann geht es gleich auf den zweiten account oder so ich sag mal dann gehe ich auf den zweiten account und dann weib ich zu kurz weg alter das juckt mich ja nicht oder wir nehmen die von eckhard weil die sowieso useless ne da darf kein name stehen alter ja aber dann steht mein name da nein aber wir hatten gesagt dass du da mitkommst wer fliegt hier mit einer griffin von euch am obby ok dann lauf ich jetzt boah so dass ich war mit der griffin halt das ist echt nicht mehr lustig ich flipp nicht aus oder so bloß wenn hier dauerhaft jemand rumfliegt mit einer griffin wo ich was zähmen will dann ignorier sie doch einfach alter ich habe aber ständig schiss macht ihr den stürzflug? ne gut gib ruhig den unten nimmst doch einfach scheißiger haltiger stress raus und alles sopperlässe dann für spaß noch bb ja hau rein ne am anfang von der queenhöhle gibt es daer drops schon mal perfekt da war noch keiner drin ja das ist der von eckhard welcher t-rex soll weg ich will auch einen töten bürdi ich hör keiner getötet der will kippeln nein lass die doch einfach lass die doch einfach man kann man trotzdem gut leveln die bringen uns eh nix alter wir können eh nix so denken was willst du finden alter der den müssen wir töten nix tötest du da nix tötest du da okay mach kind im auszug digga ist doch egal die impfen mann die bringt eh nix bei den tischern wir haben auch kein tier mit über 50 plus impfen wir brauchen auch erst die kibeltiere solange können wir auch ohne impfen doch meint mich über 50 impfen das hat über 6 nachtig ungefähr ich brauche nicht so viel ey wir brauchen noch eine industrie schmelzen so eine dritte weil die kann in der Ecke da hinten hin ja jetzt haben wir noch keinen jetzt kann man kann auch noch eine industrie schmelzen ah nee wisst ihr was ich jetzt mache einer müsste mit mir artefakte form gehen das instant 2 haben nein strike ich kenne mich am besten aus wo es die artefakte gibt ich weiß die alle auswendig ich mich jetzt gestimmt ja ein stummen wieder das kannst du auch nicht bringen wenn ich jetzt wenn ich jetzt sagen würde ich würde was hin machen muss lieber am mutter das war eigentlich gar kein stimmhaar das macht auch keiner bei finden und haben wir bei niemandem das ist ja alles eine viel stimme aber sie mit die dörren die als sicht nein du bist du hast gerade noch gesagt dass jetzt keiner geht alter ich gehe noch nicht ich gehe heute haben das jetzt abpacken macht doch gar keinen spaß die sollen sich noch ein paar viecher zähmen ähm man die sind gerade wibbern am die ihre wibbern sind fast groß ausgewachsen ja das ist doch gut für mich aber vielleicht die gleich weg fast groß sind die die wichtigsten kamen nehmen skalimus peter anodern und sonst noch was ich würde leute ich würde sagen dass wir einfach immer auf easy machen die das reicht da kriegt man auch element wie alle zuschauer direkt lieben weil ihr nur umschreit eben gerade eben gerade viel stülpt jetzt einmal mehr null ja das war weil ich im stream drin war alter nein jetzt reicht es mir mit diesen wichsern jetzt haben sie mich gegräbt und runter geschmissen von der brücke wenn du halt zur provokation da durchfliegst bei denen nein nur nicht ich wollte gerade das artefakt holen da in der mitte im canyon immer bist du nicht schuld und da und da braucht mich nicht gleich einer grabben und runter werden wie reicht es jetzt mit denen weißt du überhaupt wer das war wer fliegt rum hey wie heißt das finde du machst doch quasi die queen soll ich nicht abholen mit ner wibber ich bin doch nicht da Alter mir reicht es jetzt ja aber dann können wir raid protection weil niemand hat beweise dass die uns gegrabt haben ich habe zweiter account alter ich habe stream an ja ja wir haben so die dürfen uns kreben ab wir dürfen sie mal rechen hat der server eine minderwertige logik die die hast du das mit dem stream gemacht bei mir steht im tut mit der übertragung zu beginnen muss dass der zweite account aller dann ist nichts lights dem weg drücken dann du mögen ich hab auch im fall ich kann das auch easy machen ich brauche eher noch gute Waffen wir müssen dann weiter zur Youtube Webseite Finn bist du in der Queen? ja bin ich dann pass auf da ist direkt Walking Dead Space wenn du rauskommst die wollen jetzt auch die haben auch da jetzt Beta hingebaut dass mal wenn man aus der Queen rauskommt instant abgeschossen wird dass die den Loot von denen absahnen ey Finn wie weit bist du in meiner Queen? keine Ahnung Allah lol die haben einfach ihre lol ok ich war grad weil ich meine Wimmern wieder suche von der am Base und dann hab ich gesehen ne die haben ihre Metallwände auf Holzfenzfondamente man könnte aber die Fenzfondamente einschlagen ich geh jetzt ich geh jetzt zur Queen Höhle sollten sie mich einmal hören mach ich die kaputt ich geh nicht hier mit meinem Start siehst du man kann ein alter nein jetzt Queen Höhle ich hab jetzt Finn ich hab jetzt hier einen Weg für dich aufgemacht bei der Base darf man doch bestimmt also das das darf man wetten man darf die Queen Höhle nicht mal einbauen und mitbeeten machen das weiß ich eh ich kann von der Queen alter ich war fast bei der Queen bin wieder hoch zu den Wimmern gelaufen wie ging was denn den Weg den Weg hätte ich mal aus merken soll so ich geh jetzt vor der Queen Höhle bei Pharao ja siehst mich guck mal man kann hier einfach die ganzen Wände einschlagen weil hier einfach nur Holzdinger sind guck dir das mal an außer da die Steinfundamente ich mach jetzt hier auch auf weil guck ich will ich will das hier Leute auch noch durchkommen ich hab mein Dino ist eh weg der ist eh weg gelockt worden wahrscheinlich von denen Bödi grab mich mal da nach oben ich gebe in der Base und guck mal was die da so haben vielleicht haben sie ja irgendwas offen wo bist du denn kein roten Kompositbogen an der Abfahrtpuh alter Bödi kannst du mich da mal hin grabben bitte der da warte hier grab mich hoch pass auf in plant x äh da in dip oh nein ich bin da ich bin da ich bin da ich bin da siehst du mich wo bist du ich bin nicht mehr dran wir sollen ihn jetzt nicht nerven nein wir sollen ihn nicht nerven da guck da ist die haben ihr Metallbewerbator hier abgerissen das war gerade noch da lass ich mal hier los ne ja er hat auch gerade noch die Öfen gebrannt und so ja ich war aber gerade ja hier warte mach ich kurz wollen wir uns in meinem Feld drin so wo ist denn jetzt film wo bist du denn jetzt ich bin da keine ahnung vielleicht kann mich dieser wichs hier gar nicht los lord ich glaub da ist wer oder ja ey die neuen Wege die verwirren mich so hart ne ja achtung bürdi da läuft einer ich bin gar nicht mehr da gut wenn sie mich blämmen kriegen sie anschiss jetzt wurde ich jetzt wurde ich hier in die plant x geschmissen jetzt sterbe ich wahrscheinlich wo sind sie denn wo sind sie denn ich lieg unter dem hier unter dem fundament bei denen da ich mach mal schaden warte wenn es geht siehst du mich bürdi siehst du mich bürdi die damage zahlen wo sind die gerade ja ich bin hier keine ahnung ich wurde hier in die plant x reingeschmissen ohne grund ich weiß nicht von wen ich schlage grad probieren das hausrat zu kommen weil ich sonst sterb vom plant x siehst du mich bürdi ja ich bin halt instant tot ich kann nichts machen weil die machen zu viel schaden diese dummen plant x alter ne die haben tausende da ich bin in diesem riesigen feld von denen da kann ich nichts machen da werde ich sterben wenn du da reinläuft alter wie kommen überhaupt da hin bin ich ich wurde doch reingeschmissen mann du hast eine andere schuld aber du ja was soll ich machen soll ich den ich hab den ja auch frau er schaffte jetzt auf die base aufzuklopfen ja dass ich rauskomme das hat nur noch 100 hp wenn ich einmal noch okay jetzt krieg ich schon wieder alter ich habe sie jetzt gelassen ich habe die beste jetzt extra gelassen weil du es gesagt ich muss hier weg hey da können wir einfach mit dem bieger hängen gehen oh was ist so brave er würde wie soll ich das machen mit dem pferd sofort rausstürmen und draufklopfen aufklopfen ich ja das wäre mal 3000 damage ne bist du behindert nein nein ja such euch mal einen neuen server warum er hat eine techgranate auf die pflanzen geballert alle kaputt dass ich rauskomme dass ich rauskomme digga da sind nicht alle kaputt drei pflanzen sind kaputt die 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 haben mich nicht gesehen die 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 fahrer macht immer alles kaputt weil er nicht hört man er ist so dumm wer schmeiße techgranate ja was haben wir eben gesagt ja dass ich raus dass ich rauskommen kann guck doch ja wie bist du denn reingekommen und du hast schon wieder was kaputt gemacht um reinzukommen so viel verwirrt so viel verwirrt wir gerade nein um raus zu komm alter ok dann sterbe ich jetzt halt an den blend x mach doch einfach alles kaputt und dann verpiss dich ich dachte doch nichts kaputt mal ich wollte mir grad nur den wix es waren drei blend x mach doch aber jetzt alle kaputt und verpiss dich dann so dass wir es nicht sehen die haben ihn doch eh schon gesehen nie haben sie nicht wenn dann techgranate äquilliert wahrscheinlich steht sogar jetzt an der stammnahme da wirklich haben der toll dann kann ich sagen dass sie meine geschütze kaputt der fahrer macht die base jetzt auf guck ob wir haben oder verpiss dich nein mach ich nicht mach ich nicht bödi das ist so gefährlich weil und dann kriegen wir noch ärger ich habe mir überragend schwert für wen der noch grenz hat eh wenig dünner deswegen will ich sie leer tanken loll bei die kopf mal wo ich liegt und guck mal die pflanzen an das artefakt aus der queenhöhle immer mal mitnehmen wenn wir die mag guck mal her wo ich liegt das musst du dir angucken weil die alter hat schon gesehen ich kann die die pflanzen einfach komplett leer tanken hier an dem felsen wer hat mir jetzt schaden gemacht nein es waren keine pflanzen der match ja ja ich bin aber warte packt habe ich zu schnell ich weiß was ich nehme jetzt auch wenn das nächste mal mich einer krepp zeige ich dann dem atmen macht der maturk munition aller nach den munition können wir ja warte hier ist noch eine pflanze wo wir den berg verspürt ich weiß einfach kamikaze ich weiß keine tecran hatte mir verschwende ich nicht mehr für so eine scheiße würde ich bin jetzt am ausgang ok ja ich habe geschafft und er ist nicht gelaufen ich habe es geschafft würde ich aber ich bin 3 ordnlich ich habe wir haben hier man kann man doch nur Prozent würde ich sagen würde meine Wälder anwalt die ich würde wie gesagt und die Fähler waren immer gut rumfliegen immer war hier meine Wälder und guck da oben Wollt sich das Artefakt holen, ja? Nein, die will man wach hier doch gerade. Ich bin doch gerade wieder, um Artefakt holen zu holen. Hier sind die aktiv in der Base. Ja, ich glaube. Ich traue die Komposichtbogen gegen überragende Sniper. Die Komposichtbogen macht, glaube ich, mehr Schaden. Doch. Hier kommt keiner zu. Hier hat vier mehr Schaden eigentlich. Doch. Aber ein Komposichtbogen macht wahrscheinlich drei, viermal mehr Schaden. Ja, dann macht er immer noch mehr, weil er in der Zeit hat er auch schon dreimal geschossen. Für die ist da irgendwo noch meine Wirbern, weil sonst rass ich jetzt aus. Nö, die ist weg, ich habe es nicht gesehen. Alter, nein. Du weißt eigentlich mal, ob dies waren, das ist ja das. Ja, deswegen will ich es jetzt auch nicht verdächtigen, aber ich gehe mal davon aus. Deswegen haben sie aber auch sorry geschrieben, oder was? Also einfach nur so. Ach, mir soll es wurscht sein jetzt. Wir haben noch auch... Ich finde es... Doch, aber wir haben noch mit dem anderen Artefakt gefahren. Ja, ich war noch gerade Artefakt gefahren. Ich war noch gerade. Aber dann werde ich gegrabbt und... Ahhhh, meine Gottitos. Heilige Scheiße, Alter. Jetzt wollte ich nochmal was einschneiden. Ja, wer hat dich denn gegrabbt? Ich weiß es eben nicht. Das war so kurz... Ich habe mich kurz gegrabbt und runtergeschmissen. Warum steht eine Wirbern überhaupt auf dem... Weil ich da kurz tauchen musste für das Artefakt. Warum steht eine Wirbern dann auf... ...eine Werte? Oh, meine Gottitos! Oh, Dodo und... Wollen jetzt hier alle wechseln? Alle 22% Kriebung? Oh, ich kack mich richtig ein, Alter. kleine kotitos meine güte meine kopf ist das jetzt wer war nicht immer mich ist immer noch wert element hat und die 30.000 leben alter nicht übrigens morgen ist ein event und das war kistensuchen im sumpf denn mit dem guck zu diesem komischen typ da ist ein wichser alter ich guck nur guck meine gott ist das Gesicht alter nee du bist auch nicht das richtige du bist der richtige halt bang bang sie war ich habe eine rote suche machen wir jetzt mit halbfeiler gucken wie viel schaden die nach hin super die nahrung lehrt und lehrt also ein bisschen muss aber weg damit mit dem lauf doch nicht weg bockst mich nicht an du pissgeburt du pissschnecke er kommt es weg ist tot ist doch mann du missgeburt warst du krieg einfach nicht ohne 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 abstimmung so verstanden dass wir den rauswerfen ich habe den scheißbippe nicht 706 milliarder mann ich wusste es was ich viele bolach brauche aber nicht so viele oder nicht gut meine gott ist nicht gut hat das gerade richtig ab mann zu den ersten habe ich doch schon oder noch einen anderen komischen mixer bitte oh man nicht wir müssen mal gucken wenn ich ein pronto kriegen nein nein du bist schnecke ja ist richtig so 1 2 3 4 5 geht doch ja nein die kontinuierst geht doch zu boden kleiner hätten wir in die hohstoffe wenn du so ein überragender sagt bringt nur 100 metall so ein schuss von kompositbogen alle ich nehme jetzt nur wechseln würde sein liebsten gern wir waren umbringen alter nein jetzt habe ich keinen bock mehr warum es war safe walking dead safe ja in den kenyon war der in base ich habe nämlich meine gesucht hast du wenigstens noch nicht an die teckern hatten dabei nee alter wer von euch spaß läuft hier unten ich tritt dieses schwein jetzt sowas von alter ich habe meinen drachen gesucht schaden alter er will die der kompositbogen machen 1100 schaden alter ja guck doch mal von welchem treibt das schwein jetzt war walking dead habe ich schon geguckt walking dead ich probiere jetzt meinen loot noch mal zu holen und dann lass ich die in ruhe alter bastarde mann bin ich der einzige der gerade was vernünftiges produktives macht es ist doch so scheißegal da sollte ich einmal um geäumertes fleisch kümmern ich mache nicht alles ich fliege jetzt einmal mit der lutscher los also mit ich will nur mein loot holen ja wenn die will man weg ist aller ich spasse dann holst du mir 30 neue wer hat der rex so gar nie muss da haben wir auch der top er gar nicht läuft darum hoffentlich habe ich mein loot wieder alter das sind die dort drinnen ja dann beträumt ich das also ich habe mich immer steht ich glaube ich habe nicht mehr das noch vieles mehr oder wenn du mit der wiener wiederkommst krieg ich dann über ein sniper dafür dass ich das risiko eingehen muss dass du mit der wiener ich kann sie ja hier stehen lassen wenn du willst ja was wir stehen meine betrüger fix aber auch nicht hier vor überragende sniper ich will von den viechern das ist meine blitze waren ich habe ihn auch praktisch nicht bewegt hat auf ihn hat die lutsch die lehre was 396 ein polizei möchte ich auch gerne haben mit zwei haben ja wie viel feier wochen ja ich habe ein lud wieder war läuft der spieler ich hau ab ich hau ab der spieler ist da ja ich hätte eigentlich schon voll bock dahin zu gehen entscheidung die abzupacken wenn genau geht und jetzt macht weil die machen dann eine blitze losgeflogen mir fällt auch meine blitze weil sie gestohlen wurde das ist ein schweiner jetzt war mich aber ich habe keinen bock mehr du musst jetzt gar nicht erst sagst du du gehst jetzt fahren und auf einmal heißt es du musst offline ja was soll ich denn machen alter wenn ich da richtig komisch findet erst macht er nur scheiße und macht stress und dann muss man mal offline wenn er fahren soll ja ich habe doch selber gesagt ich fahre mir jetzt was ja man macht es ja nicht weil er muss angeblich da muss ich auch ich kann aber vielleicht nur ein zweiter tun machen wir noch fünf minuten ja aber heimlich dann haben wir nicht aus damit seine snipe ausleihen kann ich fliegt ja hin und wenn ich mir kommen zu glauben sein ich suche immer noch gezweifelt meine wenn man nicht mag die so gerne ich sag dir von mir aus das wird ja eine fette brate muschiert man die warte hier irgendwo das geht doch gar nicht die muss doch jetzt hier sein die haben die einfach weggelockt morgen in vier vor den jahre ich so gerne ich habe die so gerne gemacht ne hoheu rum die man in so schulenspieler das soll mir nur spaß bringen von mir aus weiblich den ganzen server weg die alle rumheulen wegen der scheiße aber lockt sich dann nicht irgendwo in der base aussieht wie gut ist von irgendeinem random alter ich pull mir jetzt einfach dieses scheiß dings da ne hier schreckt absolut geil aus man ja so frech man er was ding ist irgendwo muss die doch sein meine blitze also hier ist eine und wie viel munition haben jetzt jede turret ungefähr ist so ein strike geprägt strike geprägt ja nein ilutsch ich lerne es bei mir geprägt einfach entschuldigt ich glaube ich jetzt aus irgendwo wer wer hat sich hier hergestellt jungs das habe ich direkt weg einzig hier oder wie viel ja ein das war in meiner alten welchen lassen zwar in meiner alten bei spüren die noch das habe ich aus dem airdrop da bekommen ich glaube ich jetzt irgendwo aus irgendwo ab und der krepp der markt das ist doch kein mitleidstum wieder ein tschau ne tschau mich trägt es gerade voll auf es geht alle weg BASTARD ALTER Alter der schießt hier mit Shotgun und hier rum Mit EINER! EIN Schuss war ich GURFELN GURFELN Was ist denn? Das sind zwei Leute mit GURFELN und einer mit Trenzel, die gefährt worden sind von Admins Und ich hab kein Fähler zu gucken wer das ist Lock ich da jetzt mal aus da raus Ja Schreib mal HALT 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 Ja du bist gar Mann alter Finn lass es hier jetzt du mit GURFELN Ich tyrannisiere ihn Wer seid ihr? Wer seid ihr? Ah Ok dann tschau ne Wer seid ihr? TRIBE Name Wer ist das? Ja so ja ist irgendwie nicht so da so keine ahnung man die bett gehen also dann schauen Ich bin zu erledigt, ich bin zu erledigt, ich bin zu erledigt, ich bin zu erledigt. Der denkt echt, ich hätte ihn nicht gesehen oder was, der Noob vielleicht in der Weste. Jo, lock dich aus, lock dich aus, lock dich aus. Habst du jetzt die scheiß Cybercluster mitgewohnt? Perfekt, Alter, ich glaub er ist ausgelockt, also gleich. Den klaut ich jetzt mit dem, äh, ich klau gar nix, jemand lass das mir zugehört. Scheiße, den krieg ich da nicht vom, boah, alles gut, sowas wollte ich jetzt erst glauben. Ist der unten oder hängt der immer noch am Schwanz rum? Der ist hier unten, der lock dich aus. Aber lockt er sich nicht aus, der Locker. Ich glaub, der lässt sich und nimmt ganz so weiter nicht aus, weil, guck mal, er ist so in der Party. Hat doch nicht. Er guckt, nein! Scheiße, guck mal, er ist so ein dreckiger Video, ne? Versteck dich doch! Der Junge regt mich so auf, ne? Digga, anstatt der sonst echt seinen Sniper mal abgedrückt, Alter. Hat irgendwann ein überragendes Sniper für mich, Alter. Oder haben wir wenig Bauplan dafür, dann brauche ich mir den jetzt. Strike! Kannst du mich admin machen, weil ich will mich im Käfig einsperren auf reiner Admin-Zugriff, weil die ganze Acker... Digga, wir sind ein Tribe, ein Tribe, verstehst du? Ja, okay. Ja, aber ich verstecke mich trotzdem, wenn ich mich finde, könnt ihr mich loopen. Also, tschau, ne? Okay. Äh, später dann. Ich werde mich aber extra nicht ausloggen, dass mich keiner looten kann. Keine Ahnung. So, drei Minuten. Komm, ich spiele jetzt einfach noch heimlich, leck mich noch mal. Ja, okay, ich habe ausgemacht. Ja, ey, Pharao, das kann dir echt keiner abkaufen. Das war jetzt so schlecht... Drucker Strike. Das war jetzt so schlecht gesagt, irgendwie. Schau, Spieler. Ich bin mal kurz weg, Nancy, kommt die Trip hoch. Die kommt nicht da hoch. Oho. Digga, wahrscheinlich so ein Ball raus, Digga. Boom, boom, boom. Wie kommt die Trip hoch, alterbeste Sprichwort. Hihi, die kommt richtig hoch, Digga, Finn. Äh, das fette Ding kommt die Trip hoch. Musst du gleich sagen, muss man sagen, ist das fette Ding weg, hast du endlich wieder platt. So. Farao. Faro Aftes ist klar. Das dritte Monster weg? Ja. Ja. Ey, jetzt gehen wir nicht in die Tektanatn aus dem Bimbo im Bimbo. Farao, pack die jetzt weg! Tekt ist ja. Weg rein, ja. das habe ich mir jetzt mal gemacht ich will nur mein komposit bogen gegen deine sniper eintauschen okay du wirst meine sniper gegen deinen komposit bogen eintauschen zeig mal wie der match der macht wie viele pfeile hast du dafür ich will mal den kurz ausprobieren dann kriegst du den vielleicht beides lachen auf einmal ich guck mal ganz kurz ja was los liebe karten ich sage nur ganz kurz dass ich komme ich habe doch dass ich komme ich schreibe ich gehe jetzt vor ich hab's wieso nicht mehr lange kann okay wenn wir tauschen wenn du was ich möchte ich darf ich bin nicht verpflichtet durch und durch zu spielen also wir machen jetzt den tausch aber dann wird auch niemanden das andere aus dem inventar geklaut ich mache mir screenshots vom inventar ja dann komm ich gebe mich hier du kriegst es ich habe sogar einen Schuss ich komme noch wieder keine sorge so gute tausch gute tausch so hab das geklärt sind aber nicht so begeistert davon dass ich vor